Und 45.000 Fans waren ins Olympiastadion gekommen, letztes Wiesenwochenende, da ist immer einiges los in Mönchen. Oder Lattec ohne vier, es fehlten Matthäus, das wissen Sie, Matti, Tremler und Wohlfahrt. Und Schlappi zunächst der gefeierte Mann, der musste sehr viele Autogrammkarten schreiben und traf dann auch ein bisschen verspätet auf der Bank ein. Aber gerade noch rechtzeitig, um das zu sehen, was sich gleich nach dem Anstoß im Olympiastadion abspielte. Seine Mannschaft in den weißen Hosen ohne den gelbgesperrten Zionanis, dafür Ulf Weißer im Spiel und der wird hier von Sören Lerby gefault. Der Däne unzufrieden mit der Entscheidung Volkan Heitz-Ritschler, den Tieferschiedrichter aus Freiburg. Aber die Entscheidung, Sie haben es gesehen, war korrekt. Am Ball Karl-Heinz Bührer. Und da kommt Remark, der Mann, der die Tore macht beim SV Waldhof Mannheim. Sein siebter Saisontreffer und er machte sich das schönste Geburtstagsgeschenk überhaupt. Heute ist er 26 Jahre alt geworden. Das alles passierte nach exakt 52 Sekunden. Kein Winkelhofer, kein Eder, gut getimt. Er sprang im richtigen Moment zum Ball und schon mal Ritap ohne Chance, 0 zu 1. Der Schock für die Bayern, das können Sie sich vorstellen, war groß. Augenthaler und Eder, die beiden Innenverteidiger, orientierten sich sofort in die Offensive. Hier ist Nachbar. Erste bedrohliche Situation für Gäste-Schlussmann Uwe Zimmermann. Ein Ausdruck dafür, wie nervös die Bayern waren, Abspielfehler zuhauf und die Gäste kamen schnell aus der Abwehr heraus. Sehr, sehr gefährlich. Mit drei Spitzen, Gaudinho relativ weit nach vorne orientiert und Jean-Marie Papp hatte zunächst mehr Arbeit, als ihm lieb sein konnte. Sie sehen, die Bälle sprangen weg, die Rummenigge Nervosität. Dann Nacht war ein schöner Pass, aber der Linienrecht hat er aufgepasst. Abseits. Dieter Hoeneß neben Wickerlkögel und Frank Hartmann, also in der Sturmspitze und ein unzufriedener, verkniffend reinschauender Unzulatte. Ihr Kögel gegen Kohler, die beiden Youngsters. Wieder Rummenigge. Ja, das war mehr als eine Schrecksekunde. Im Abschluss sprechen heute beiden Bayern unübersehbar. Immer wieder kam Eder, offensiv wie selten zuvor in München. Und immer wenn sie über Kögel kamen, dann wurde es für die Gäste gefahren. Kohler hatte einen ganz schweren Stand gegen ihn. Fehler von Zimmermann. Ah, die Bayern können nichts draus machen. Ziemlich ruhig geworden dann, so um die 20. Minute herum im Olympiastadion. Die Bayern drängten zwar, aber die ganz großen Chancen fehlten. Ein tolles Solo von Kögel. Wieder Rummenigge. Da hätte der Spielfahrt vorentscheiden können. Zwei, drei erstklassige Möglichkeiten in der ersten Dreiviertelstunde. Lappi unzufrieden natürlich. Der Druck wurde ihm zu groß. Er stand fast die gesamten 90 Minuten das Spiel durch. An der Außendien. Eder. Da kommt Roland Dickieser. Ja, und Fritschler wartete dann einen Moment. Dickieser leicht angeschlagen. Bekam dann die gelbe Karte. Freistoß. Da steht Lerby bereit. Und der Däne zieht da gewaltig ab. Es ging so schnell, dass wir das im Stadion kaum mitverfolgen konnten. Und hier lag das 1 zu 1, also wahrlich in der Luft. Aber immer noch die Führung für die Schlappner-Truppe. Der Druck wurde groß. Und da stellten sie auf Abseits. Schauen Sie mal an. Alle in einer Linie. Winkelhofer will alleine gehen. Da kommt wieder Dickieser. Nur 60 Sekunden nach der gelben Karte wussten wir fast alle, das musste rot sein. Zwei Fouls innerhalb von einer Minute. Das hätte er nicht tun dürfen. Aber das lässt sich so leicht sagen in der Hektik, bei all der Dramatik. Rote Karte für Roland Dickieser. In der 32. Minute natürlich eine arge Schwächung für die Mannen um Kapitän Sebert. Noch eine Stunde sollte dieses Spiel dauern. Ob das gut gehen konnte. Wieder Eder. Kögel. Und Sebert. Ja, da hat man schon die tollsten Eigentore gesehen. Glück hier für die Waldhöfe. Aber sie führten immer noch 1 zu 0. Ein verzweifelter Abwehrkampf bahnte sich an. Augenthaler. Nur noch vorne zu finden. Hartmann. Und auf der Tribüne Hermann Stessel. Der Trainer von Austria Wien, dem neuen Europacup-Gegner der Bayern. Und er hatte das gesehen. Wir wollen ihm das nochmal zeigen. Hoeneß und Schlindwein lieferten sich einen Ringkampf über die 90 Minuten, muss ich schon sagen. Und im Zeitlupe jetzt diese Aktion, die kaum einer erkannt hatte. Vor allen Dingen nicht Pritschler. Passend ja auf Hoeneß auf. Da tritt er jetzt zu. Dann eine Rückwärtsrolle von Schlindwein, der sich am Kopf verletzte. Unglaubliche Szenen, die wir ihm hier anbieten können. Und Hoeneß hatte Glück, dass Pritschler hier nichts gesehen hatte. Auch hier hätte es rot geben können. Die zweite Hälfte. Wieder pendelt Rummenigge zu lang. Er konnte sich nicht entschließen zu schießen. Nachtwein. Spiel auf ein Tor jetzt. Das war ganz klar. Flügler. Augenthaler. Und ein glänzender Uwe Zimmermann, der sich ja noch für Mexiko empfehlen will. Und Franz Beckenbauer saß unter den 45.000 Zuschauern und notierte mit. Augenthaler. Schön. Und dann kommt Lerby. Und dafür bekam er die gelbe Karte. Und ich glaube, er hatte diese gelbe Karte provoziert. Wir sehen das jetzt gleich an seinem Gesicht. Er wird am Dienstag im Nachholspiel gegen Hannover fehlen. Da schauen Sie. Ein vermeintlich leichter Gegner. Der Aufsteiger aus Hannover. Und dann Schlappi. So macht er sie bemerkbar. Er hatte wieder seinen Auftritt. Er war unzufrieden mit Fritschler, der das Spiel nicht unterbrach. Als Karl-Heinz Führer angeblich verletzt. Auf dem Rasen lag. Nach kurzer Zeit konnte er dann weitermachen. Wurde dann nach gut einer Stunde ausgewechselt gegen Walter. Und für Gaudinho kam zum ersten Mal in dieser Saison kein. Und immer noch 0 zu 1. Die Bayern führten hier einen verzweifelten Kampf. Alle 22 Spieler verpflichten. In der Hälfte der Waldhöfer. Und dann war es passiert. Ein abgefeschter Schuss von Rummenigge. Der so viele Möglichkeiten hatte. Und dann halb. Wir werden es in der Zeitlupe sehen. Libero, Günther Sebert mit. Ich glaube, es war Sebert mit der Nummer 5. Fassen Sie nochmal auf. Jetzt unhaltbar für Uwe Zimmermann. 1 zu 1 in der 67. Minute. Kaum Erleichterung auf der Bayernbahn. Lerbi auf Kögel. Und Weißer verharrt. Lerbi jetzt fast Libero. Er war am Rande eines Platzverweises. Dafür Augenthaler noch mehr nach vorne orientiert. Und dann Alfred Schön. Von dem nicht viel zu sehen war. Hier seine beste Szene. Wir versuchten alles, das Spiel noch offen zu halten. Ab und zu wenigstens für ein bisschen Entlastung zu sorgen. Aber dieses Spiel hatte unwahrscheinlich viel Kraft gekauft. Winkelhofer. Vor Bayern schön. Und da ist Hartmann ganz frei. Ja, in der zweiten Halbzeit, da kam dieser Frank Hartmann, der 25-jährige, frühere Hannoveraner, immer stärker ins Spiel. Die erste Halbzeit stand ganz im Zeichen von Kögel. Jetzt Hartmann, sein zweites Saisontor. Der Einzige, der sich etwas zutraut, der explodiert, der auch mal etwas riskiert. Und der hier ein tolles Vormann. 2 zu 1. 73. Minute. Und Waldhof musste alles nach vorne nehmen. Und dann gab es diese Konterschance. Hartmann ganz allein. Tja, das war's. Udo Lattec und Egon Kordes. Es war die 90. Spielminute, die Entscheidung. Letztlich nicht unverdient. Sicherlich für die Bayern, die sich aber über eine Stunde lang enorm schwer taten, gegen eine gute, gut stehende Waldhöfer Abwehr. Aber am Ende reichte es dann doch nicht. 3 zu 1. Damit wieder Gutmachung für die Niederlage im letzten Jahr. Und der Schlappi ließ dann die Hüte in der Tasche. Und musste Udo Lattec gratulieren zu diesem Sieg. Damit zurück in Stuge. Und der Schlappi ließ dann die Hüte in der Tasche.